Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von Kido. Ich bin Monja und in diesem Video zeige ich euch unser Kido Dachzelt System. Was an diesem Dachzelt System so besonders ist, welche Features wir für euch haben und für was ihr das Dachzelt alles nutzen könnt, das alles erfahrt ihr in diesem Video. Was ist das Kido Dachzelt System? Das Kido Dachzelt System ist, wie schon erwähnt, eine Kombination aus Dachzelt und individuellem Zubehörartikel. Bestes Setup für dich zum Zusammenstellen mit unserem Freedom Tower bist du flexibel für einen Kurzurlaub. Mit unserem Quick Base hast du das perfekte Setup für dich und deine Familie. Egal für was du dich entscheidest, unsere Dachzelte sind immer mit einer Kederseele als Verbindungsmöglichkeit ausgestattet. Die Passgenauigkeit ist für jedes Dachzelt. Wir selbst denken nicht in einzelnen Produkten, sondern immer im Großen und Ganzen. Darüber hinaus haben wir noch andere Produkte, die dir das Leben im Dachzelt um zusätzliches Zubehör erleichtern. Welche Zubehörartikel haben wir für das Kino Dachzeltsystem im Sortiment? Um das beste Dachzelterlebnis zu schaffen, haben wir für jeden Anspruch das perfekte Zubehör. Neben unseren Dachzelten bieten wir das Freedom Tower als einfachen Sonnenschutz, schnell aufgebaut und Flexibilität beim Aufstellen. Unsere Quick Base gibt es in der Low- und in der Toll-Variante. Ein komplettes Zelt, welches mit einer passgenauen Schleuse an deinem Dachzelt angebracht werden kann, aber auch freistehend als Pavillon genutzt werden kann. Die perfekte Mesh-Unterlage als luftzirkulierende Matratzen-Unterlage. Das Thermo Innensalte, perfekt für kältere Tage im Dachzelt. Und unser Freedom Cloud Mat als super hochwertiges Schlafsystem. Für wen ist das Dachzeltsystem geeignet? Unser Kido Dachzeltsystem ist für jeden geeignet, der bereits ein Kido Dachzelt besitzt oder Interesse an einem unserer Dachzelte hat. Wir haben für jeden deiner Ansprüche das geeignete Setup. Für die Variationen können wir auch für fast jede Fahrzeughöhen die passenden Lösungen anbieten. Wie ist das Kido Dachzeltsystem aufgebaut? Dein Kido Dachzelt ist bereits auf deinem Fahrzeug montiert. Durch die angenähte Kederseele ermöglicht es dir die Anbringung des Freedom Taubs oder der Quick Base Schleuse ganz einfach. Es ist der perfekte Verbindungspunkt zwischen Dachzelt und deiner Anbringung. Die Quick Base ist als Basiszelt freistehen oder in Kombination mit dem Connector. Welche Features hat das Kido Dachzeltsystem? Unser Kido Dachzeltsystem bringt natürlich auch ein paar Besonderheiten mit. Du hast immer die Gewissheit, dein Wunsch-Setup nachträglich zu gestalten. Du bist nicht eingegrenzt mit einem System und hast die Möglichkeit, dein Wunschzelt selbst zu konfigurieren. Die Individualität ist mit dem Dachzeltsystem auf jeden Fall gegeben. Welches Zubehör gibt es noch für das Kido Dachzeltsystem? Für eine perfekte Unterlüftung deiner Matratze empfehlen wir dir das passende Freedom 3D Mesh. Dies ist eine passgenaue Unterlage und wird einfach unter deine Matratze gelegt. Sie beugt die Schimmelbildung und Stockflecken vor. Für kältere Nächte empfehlen wir dir als Klimaregulierung das Thermo-Innenzelt. Dieses wird einfach an den vorbereiteten Montagepunkten im Zelt angehängt. Außerdem haben wir noch universelles Equipment wie unsere abschließbaren Sterngriff-Muttern, die Freedom Locks oder unsere perfekte Montagehilfe, den Boxlift. Für unsere Quickbase haben wir unseren passgenauen Connector und den Comfort Carpet. Den Fellow Schlafsack, perfekt für jede Jahreszeit im Dachzelt. Unsere Johnny Portable mit dem komfortablen Packmaß. Daneben entwickeln wir natürlich immer weitere Equipment-Zubehöre für dein Dachzeltsystem. Wenn du Ideen hast oder uns einen Vorschlag machen möchtest, was deiner Meinung nach nicht fehlen darf, bei unserem Dachzeltsystem, dann schreib es gern in die Kommentare oder wende dich an uns. Das war's von unserem Kido Dachzeltsystem. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick verschaffen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt oder Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare und wir werden eure Fragen beantworten. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Monja von Kido.